Glaubst du wirklich? Aber ich bin so toll. Ich meine, er sollte mich so mögen, wie ich bin. Hey Schönheit, küss mich. Schau, sie ist so ein Loser. Warum mag er mehr Jungfrauen so sehr? Du brauchst wirklich ein Mekorin. Wow, schönes Haus, was? Aber wie werde ich zur mehr Jungfrau? Lass mich nachdenken. Gib mir dein geheimes Werkzeug. Ich muss es für ein Makeover programmieren. Und voilà, wir haben eine Checkliste. Zuerst müssen wir deine Pickel loswerden. Mann, sind die hässlich. Ich bringe das in Ordnung. Zeig mir die Magie. Wow, diese Dinger funktionieren wirklich. Ich glaube, es klappt. Ich bin mir nicht sicher. Mal sehen, was hier passiert ist. Wow, ich bin so hübsch. Ein wenig Hilfe hier. Gitt, du hattest meine Hilfe wirklich nötig, was? Hier ist die Checkliste. Pickel, fertig. Und was kommt als nächstes? Was ist das? Es juckt so sehr. Die Beinbehaarung muss weg. Ich habe genau das richtige Rezept. Der Honig macht den Trick. Bist du bereit? Packen wir es an. Oh, das war gar nicht so schlimm. Jungs. Oh, so glatt. Igitt. Weg damit. Hoppla. Ich meine, dein Ernst? Hm, das schmeckt gut. Und was nun? Was kommt als nächstes? Okay. Wir müssen dir Schuppen besorgen. Was? Wie sollen wir das machen? Ich bin sicher, dass ich sie hier irgendwo finden kann. Oh nein, ich muss gehen. Ich bin schon dabei. Ich bin gleich wieder da, Ladybug. Wer hat mich hierher gerufen? Was glaubst du, wo du hingehst, Mister? Hm, die sehen aus wie Schuppen. Oh ja, damit kann ich arbeiten. Ha, ich bin wieder da. Hast du mich vermisst? Hast du es gefunden? Das habe ich. Wir müssen das nur hier drüber ziehen. Und dann etwas drüber geben. Ha. Was um alles in der Welt macht dieser Kerl? Oh ja, ich bin so gut im Umstyling. Wow, so schön. Hm, ich rocke. Nächster Schritt, Schminke. Nicht meine Maske. Oh, sie ist so stur. Das ist meine Chance, anzugreifen. Ja, ich habe es geschafft. Wie ist das möglich? Aha, jetzt habe ich es. Hä? Wie ist das möglich? Mädchen, was ist dein Problem? Oh hey, brauchst du meine Maske? War es so einfach? Du hast Panda-Augen. Was? Werde ich zu einem Panda? Ich weiß, was zu tun ist. Keine Augenringe mehr, Baby. Ah, mein Meisterstück. Oh. Wow, ich bin umwerfend. Du. Ja, ich weiß. Kommen wir zum nächsten Schritt. Dafür haben wir Ohren. Äh, Ohren? Was meinst du? Äh. Ich meine, Mädchen, du musst deine Ohren zeigen. Äh. Äh. Sie sehen so seltsam an mir aus. Ups, sorry. Wenigstens hast du jetzt Ohren. Und was ist mit meinem Haar? Äh. Was machst du denn da unten? Ha, Bingo. Ha, ihr geht. Die stinken. Wir müssen sie nur so rollen. Wow, ich liebe es. Du wirst es nur ein paar Stunden einwirken lassen. Ha, die Zeit vergeht hier wirklich schnell. Zeit, sie auszuziehen. Oh. Oh. Ah, oh ja. Oh. Mein Haar ist so glamourös. Ha, ha, ha. Oh. Wow, du siehst wirklich umwerfend aus. Aber du stinkst irgendwie, Mädchen. Äh. Oh. Ach. Wie geht? Wie ist das aus mir herausgekommen? Wir müssen was gegen meine Nägel tun. Ach, sie sind schlimmer als die eines Vampirs. Ach. Ich habe genau das Richtige. Oh. So schön warm. Daran kann ich mich gewöhnen. Kannst du dich bitte beeilen? Schön funkelnd. Wir brauchen nur ein bisschen davon. Uh. Fertig. Hä? Ah. Wo sind meine Hände? Ah. Ah. Ups. Ich habe sie gefunden. Zeit für neuen Nagellack. Hm. Rot ist wirklich meine Farbe. Dörf. Du bist ein Marienkäfer. Schon vergessen? Ahem. Nein, natürlich nicht. Jetzt habe ich super Nägel. Ich liebe sie. Wir sind noch nicht fertig. Hm. Als nächstes haben wir BH. Hm. Wo bekommen wir den her? Ah. Ist das deins? Ah. Hände weg von meinem Höschen. Ah. Ich habe eine Idee. Ich brauche nur meinen magischen Controller. Ah. Ich werde ihn bitten, mir ein BH zu machen. So geht's. Ein Kinderspiel. Ich ziehe es an. Schau weg. Ah. Oh. Hm. Wow. Sie sieht gut aus. Was meinst du? Oh. Ich glaube, wir brauchen ein paar davon. Und wir malen sie natürlich rot an. Kannst du dich beeilen? Ha. Erledigt. Oh. So gut. Es fehlt nur noch eine Sache. Mehr Jungfrauen haben keine Füße. Äh. Muss ich wirklich eine Mehrjungfrau sein? Wir sind so weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Ich besorge dir eine Flosse. Okay. Ich brauche Hilfe. Hey. Wie kann ich mir eine Flosse machen? Ein ganzer Fisch, ein Haufen Muscheln und einige rote Steine. Nimm alles zusammen und shake, 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 shake. Ah. Ah. Bitte funktioniere, bitte funktioniere. Mach mich zu einer schönen Mehrjungfrau. Ah. Ah. Es hat funktioniert. Ich sehe großartig aus. Das tust du. Uh. Äh. Geht es dir gut da unten? Keine Ahnung. Machen Mehrjungfrauen sowas? Wie wäre es mit einem Ausflug unter Wasser? Ah. So schön hier. Hey, SpongeBob. Wie geht's, Sandy? Uh. Ich liebe es, eine Mehrjungfrau zu sein. Oh. Aber ich weiß noch nicht, wie ich laufen soll. Wenigstens bist du jetzt bereit. Endlich kann ich ihn für mich gewinnen. Hey, du. Komm schon, jetzt bist du dran mit deiner Magie. Aha. Was ist das? Hey, du. Erinnerst du dich an mich? Wirklich, aber du riechst nach Fisch. Lecker. Mmh. 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 Die beste Party im Ozean. Wuhu. Wuhu. Endlich bin ich im Club der Mehrjungfrauen. Versuche es nicht zu vermasseln, Luna. Oh je. Holt mich hier raus. Ich bin nicht gut im Tauchen. Oh. Sie hat Beine. Upsi. Megan. Megan. Oh nein. Hey Nerd, du bist verhaftet. Was? Ich will meinen Anwalt anrufen. Stillhalten. Nicht blänzeln. Hehe. Haha. Hab dich. Ich kann nicht im Gefängnis sein. Oh doch. Mehrjungfrauen sind frei. Nerds kommen ins Gefängnis. Ich komme hier nicht mehr raus. Warum bin ich keine Mehrjungfrau? Oh. Was ist das? Fühlt sich an wie Beine. Heiliger Strohsack. Ah. Hahaha. Ich fühle mich wie in einem Horrorfilm. Oh. Achoo. Igitt. Ich glaube, ich habe die Schleimgrippe. Ups. Was habe ich getan? Hallo, junge Dame. Ich werde dir helfen, eine Mehrjungfrau zu werden. Ein Zauberspiegel? Aber was muss ich tun? Hm. Schau nach oben. Nach oben? Oh. Was für eine seltsame Kiste. Wow. Das ist ein Pickelentferner. Probieren wir es aus. Oh. Juhu. Pickel weg. Hey. Warum hast du aufgehört? Nein. Lass mich nicht im Stich, Kumpel. Oh. Blödes Gadget. Hä. Ich weiß einen anderen Weg. Was geht, Mr. Krabbe? Ich suche noch einen Hackassistenten. Willst du mir helfen? Sehr schön. Deine Krallen sind so geschickt. Iiiiih. Versuch das nicht mit echten Graben, Kinder. Toll. Es funktioniert. Der Letzte. Ich muss los. Bin spät dran. Tschüss. Hä? Wirklich? Ihr helft mir immer. Kommt schon, Finger. Was machst du da? Hey. Ekelhaft. Fehler. 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 Ich habe es geschafft. Hä? Das ist meine Chance. Wo ist mein super Fluchttool? Ein Trick. Und ich bin frei. Oh Mann. Was machst du da? Ähm. Ich habe meine Pinzette kaputt gemacht. Ich brauche einen neuen Fluchtplan. Zupfen wir in der Zwischenzeit meine Augenbraue. Iiii. Geht. Wie schaffen Beauty Girls das? Fertig. Hä? Warum ist es so rot? Hey. Gefangene. Dein Mittagessen. Yay. Mittagspause. Direkt vom Meeresgrund. Hahaha. Igitt. Guten Appetit. Danke. Ekelhaft. Das ist keine menschliche Nahrung. Ich sehe besser in meiner Beautybox nach. Wow. Schminkset. Hm. Ich habe eine Idee. Dieses Handwerk wollte ich schon immer mal ausprobieren. Los geht's. Trage einfach blauen Schatten auf das Netz auf. So. Erledigt. Oh. Warum ist mein Kopf so groß? Oh. Wow. Toll. Wie wäre es mit etwas Deko? Ich werde so süß aussehen. Lass uns eine Perlendusche nehmen. Oh. Hey. Mach hier keinen Müll. Äh. Oh Mann. Oh Mann. Bin haftiert. Sorry. Wow. Aber das Meerjungfrauen-Make-up ist nicht fertig. Aha. Ich weiß, wie ich den Meeresschmuck verwenden kann. Haha. Zuerst tragen wir den Lidscharten auf den Muscheln auf. Dann lege ich sie auf meine Augen. Ja. Wunderschön. Hey, Polizist. Was ist los? Aus wie eine Meerjungfrau? Nun. Gesicht ist okay. Haare noch nicht. Hä? Herr Polizist, bitte helfen Sie mir. Ich muss hier raus. Hör auf. Hör auf. Äh. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Äh. Megan. Aus. Das ist meine zweite Chance. Tut mir leid, aber ich brauche die Schlüssel. Haha. Loser. Stopp. Hasta la vista. Hahaha. Äh. Was? Wo bin ich? Wo ist der Nerd? Du. Hä? Hallo, Herr Polizist. Nein, bitte nicht schon wieder in die Zelle. Ich werde mich beim Lala-Lebensfreude-Gericht beschweren. Äh. Sag es deiner Toilette. Äh. 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 Warum sind meine Haare blau? Was zum? Äh. Meine Güte. Ich sehe aus wie ein Mob. Äh. Jetzt bin ich ein Pudel. Okay, Gabel. Nur du kannst mein Haar lebendig machen. Ekelhaft. Ich sollte mir öfter den Kopf waschen. Wow. Mein Haar ist unglaublich. Seht euch dieses süße Ding an. Hä? Oh nein. Warum sind sie so trocken? Oh. Nicht die Lippen. Äh. Psst. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Hä? Was zum? Wie kann ich diese Kokosnuss einsetzen? Hm. Nun, ich kenne ein Rezept. Äh. Mua. Ja. Volltreffer. Gut gemacht, Karate-Hunt. Hey, Kumpel. Herzlich willkommen auf der Bastelparty. Wie wär's mit ein paar Drinks? Probiere das Kokosnusswasser. Jetzt bist du dran, Baby. Ja. Guter Junge. Mischen wir es. Nun, es ist eine Art Lippenbehaltsam. Ich hoffe, es funktioniert. Mua. Wow. Meine Lippen sind jetzt so frisch. Ich muss mein Oberteil wechseln. Langweilig. Ich will etwas lesen. Sieh mal, was wir hier haben. Genau meine Größe. Das ist zu weit weg. Aha. Moment mal. Ich bin kein guter Angler, aber... Yeah. Was ist denn hier los? Ähm. Was ein... Ups. Ups. Kein Angeln im Gefängnis. Tut mir leid. Schätze, es ist deine. Junge, das war unerwartet. Aber ich habe, was ich brauche. Ich habe einen neuen Modestil entwickelt. Tschüssi, hässliche Kleider. Zeit für eine Höschen-Revolution. Schön. Hm. Ich brauche mehr Deko. Die clevere Luna kann nicht aufgehalten werden. Heilige Qualle. Mein neues Oberteil ist der Hammer. Toll. Jetzt bin ich eine Mähungfrau. Ahem. Ah, ah, ah. Schau nach unten, Süße. Was? Ich habe keine Flosse. Was soll ich tun? Hm. Das ist einfach. Hä? Mähungfrauenflosse? Aber sie ist klein. Bäh. Gebe sie einfach ins Wasser. Verstanden. Wie geht? Wir schaffen das, Kumpel. Ich hoffe, der Toiletten-Whirlpool gefällt dir. Oh Mann. Wow. Meine Flosse ist jetzt wirklich groß. Yeah. Die Makeover-Quallen sind vorbei. Ich bin eine Mähungfrau, Herr Polizist. Was? Heiliger Bim Bam. Wie hast du das gemacht? Kann sie mich jetzt rauslassen? Äh, du kannst gehen. Ich bin frei. Danke, Spiegel. Tschüss. Oh, pass auf. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe vergessen, dass ich keine Beine habe. Vorsichtig, Fräulein. Das geht's nicht. Chris hat mich zu einer Party eingeladen. Oh, wie cool es ist, eine Mähungfrau zu sein. Der Schlüssel zu einem fantastischen Tag ist ein fantastisches Frühstück. Fast fertig. Ich wünschte, ihr könnt das riechen. Was ist eine Waffel ohne Belag? Lass es regnen. Oh ja. Extra Streusel, bitte. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Kompliment an den Chefkoch. Moment mal. Ich kann mich nicht erinnern, das da reingetan zu haben. Wow, Rachel hat ein Konzert. Nur für Mähjungfrauen? Schaut nur, wie schön sie ist. Ich muss einfach bei diesem Live dabei sein. Das bedeutet, ich muss eine Mähjungfrau werden. Ich komme zu dir, Rachel. Hier geht's lang. Willkommen in meinem Zimmer. Oh, hi Timmy. Ich glaube eher nicht. Okay, gehen wir. Tut mir so leid. Aber ich habe einen genialen Plan. Zeit für die Muschel. Rock'n'Roll, Baby. Mal sehen, ob die Luft rein ist. Wow. Das hat wirklich funktioniert. Es ist, als wäre Rachel Merch hier drin explodiert. Es ist perfekt. Es ist perfekt. Also gut. Lass uns. Was ist das für ein furchtbarer Gestank? Hat jemand vergessen, den Müll rauszubringen? Das Essen ist fast fertig, Timmy. Junge, Junge, ist das frisch. Timmy. Der Geruch kommt von hier. Oh, danke. Habt's lieb. Aber mein Fisch. Schuppen sind genau, was ich brauche. Sind die nicht von einem Fisch? Ich wünschte, ich würde genauso aussehen. Also gut, dann los. Gefällt es dir? Nicht wirklich. Wann warst du das letzte Mal beim Zahnarzt? Sind sie schlecht? Die sind nicht wirklich toll. Egal, zeig mir deine Flosse. Flosse? Ich habe nur Stinkefüße. Aber Moment mal. Das klingt nach einer brandneuen Flosse. Ein toller Song, Kumpel. Vielen Dank. Oh, tut mir leid. Aber ich habe noch zu tun. Ich bin toll im Basteln. Aber jetzt ist es Zeit für die eigentliche Arbeit. Packen wir es an. Schaut zu, wie ich meine Magie entfalte. Schuppen die Wupps, wenn man so will. Schon besser. Als Nächstes kommen die Flossen. Die sehen ja toll aus. Wie von einer echten Meerjungfrau. Jetzt muss ich sie anprobieren. Die brauche ich nicht mehr. Die sehe ich aus. Bin ich schon eine Meerjungfrau? Oh Gott. Das ist peinlich. Nichts, was etwas Klebeband nicht beheben könnte. Ich werde eine Menge davon brauchen. Ich kann ja keinen Gürtel tragen. Wie weiß ich, wann es genug ist. Und fertig. Die perfekte Flosse. Hm. Ja. Jetzt bin ich bereit. Los geht's. Ganz langsam. Was? Das muss ich pusten? Das ist ja witzig. Hm. Du kannst rein. Vielen, vielen Dank. Der Nächste. Bleib stehen. Soll ich denken, dass das Flossen sind? Äh. Nichts, da. Raus hier. Aber warum? Ich muss da rein. Ich hab nicht den ganzen Tag, sein Kumpel. Na, wie gefall ich Ihnen? Das dachte ich mir. Das ist so unfair. Aber wie? Du. Das ist mein Haus. Hey. Ich muss mich bedecken. Das ist ja furchtbar gelaufen. So werde ich das Mädchen meiner Träume nie sehen. Das ist einfach nicht fair. Hilf mir. Oh, mein Kerl. Wie wäre es mit etwas Hilfe? Was? Ist das für mich? Was ist das? Rachel will mir helfen? Ah, okay. Operation Rachel sehen ist wieder im Gange. Aber nicht mit dieser schlechten Haut. Schluss mit diesen Fake-Schuppen. Ha. Nun, wer ist dieser hübsche Teufel? Ah, blöde Pickel. Weg damit. So befriedigend. Ah. Urgh. Ich brauche etwas mehr Feuchtigkeit. Und das ist genau das Richtige. Oh, das fühlt sich toll an. So erfrischend. Aber warum juckt es so sehr? Verstehe ich nicht. Warte mal. Für Hunde? Ah, sorry. Warum benutzt du nicht einfach das? Es enthält Seetang-Extrakt. Ähm, danke. Ich hoffe, es funktioniert. Man muss Seetang einfach lieben. Ich werde meine Augen für eine Minute aushuhen. Ah, das ist der Hammer. Siehst du das, Rachel? Alles nur für dich. Wow, ich fühle mich so einzigartig. Oh, ah. Natürlich nicht mit meiner Maske. Jetzt habe ich reine Haut. Das ist echt cool. Gefällt mir. Hm, das freut mich. Was ist hier los? Ups. Halt dich von mir fern. Habe ich Mundgeruch? Äh, wo kommt das denn her? Mein Fehler. Schütze, es ist an der Zeit, sich um diese Zähne zu kümmern, oder? Die sind ziemlich schlecht. Oh, findest du? Hier. Und dank mir bitte später. Wow, danke. Ich fange besser an zu kauen. Oh ja, ich brauche alle davon. Wow, das schmeckt nach Minze. Mein Kiefer wird allerdings etwas müde. Ob meine Zähne schon weiß sind? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Oh, mal sehen. Das ist wirklich riesig geworden. Wow. Oh, schau dir das an. Fertig. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Was soll das mit den Haaren? Hm, ich kann dir dabei helfen. Wirklich? Hey, ist das für mich? Ich kann es nicht glauben. Ein elektrischer Trimmer? Das ist genau, was ich brauche. Das war's, Monobraul. Kommen wir nun zum Schnurrbart. Vorsicht. Glatt wie ein Babypopo. Ah, perfekt. Perfekt. Na ja, fast perfekt. Da wachsen ganze Pferdeschwänze. Nicht heute. Wie viele Haare hast du denn bitte? Wow, schau dir dieses haarlose Wunder an. Was sagst du jetzt, Rachel? Oh, du hast da ein bisschen, du weißt schon, äh... Das ist nicht meins. Nimm das. So schwer. Was ist da drin? Ich kann meinen Augen nicht trauen. So viele schöne Farben. Und schau dir das ganze Glitzer an. Wow. Heute ist mein Glückstag. Okay, legen wir los. Oh. Close to you. I wanna be close to you. So I can feel your presence. Rest my head inside your head. Close to you. So you can hear my heart. Du kriegst mich nie. Oho. 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 Ha, das war's dann wohl. Moment mal, was ist das für eine Musik? Netter Groove. Warte mal kurz, wir fahren aufs Revier. Na los. Gefällt es dir? Warte, ich kann dein Gesicht nicht sehen. Ha, ich brauche meine Brille. Ah. Ich schätze schon, aber eine Sache gibt's da noch. Komm her. Diese Dinger sind grässlich. Die sehen viel besser aus. Schau sie dir an, Timmy. Wow, ich kann sehen. Und es gefällt mir. Yay. Und nun brauchst du nur noch eine Flosse. Nimm das hier. Was? Vertrau mir. Okay, danke, schätze ich. Au. Oh. Was ist das? Es ist, als würde es nie enden. Oho. Oho. Ach so. Meine ganz eigene Flosse. Ich kann's nicht glauben. Und sie passt. Aber was ist mit dem Oberteil? Das muss weg. Viel besser. Hey, gib mir das Ding. Wow, ich bin verliebt. Ich komme zu dir, Rachel. Und dieses Mal lassen sie mich rein. Weil ich jetzt eine Millionfrau bin. Sie ist erstaunlich. Wow, du bist wunderschön. Habe ich was verpasst? Ich bin hier, Rachel. La, 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 la. Oh, wer ist das denn? Hey, du. Ich bin so froh, dich kennenzulernen. Ja, das ist romantisch. Das ist Rachels große Liebe. Nicht, wenn ich da bin. Oh, was ist mit mir passiert? Ich muss hier weg. Rachel? Nun, das ist irgendwie peinlich. Na ja. Hm, 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 hm.